Hey Leute, in diesem Video zeige ich euch, was ich von Resident Evil selber gemacht habe. Mehrere Leinwände. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und sagt mir eure Meinung dazu. Und hier kommen wir zum ersten Resident Evil. Hier haben wir Resident Evil Remake 2 auf einer Leinwand. Schön auch das RE in Rot, wie es sich gehört. Der Rest ist weiß und ein bisschen angefressen sieht das auch aus. Hier haben wir Resident Evil Remake 3. Auch wieder das RE. Rot, ein bisschen angefressen soll es aussehen. Kommen wir nun zu meinen Favoriten. Resident Evil 7. Auch hier, das sieht wieder ein bisschen angefressen aus. Da haben wir die römische 7, wie halt auf dem Original-Logo. Und ja, kommen wir jetzt aber zu meiner absoluten Nummer 1. Wessen, was aber noch nicht ganz fertig ist. Und zwar kommt ja dieses Jahr am 7.05. Resident Evil 8 raus. Und dafür habe ich zur Feier des Releases eine riesige Leinwand für vorbereitet. Wo dann Resident Evil Village draufkommt. Wenn es fertig ist, kann ich euch das ja gerne mal zeigen. Aber da werde ich dann mit Sicherheit auch ein bisschen Zeit für brauchen und mega stolz drauf sein. Schreibt doch mal in den Kommentaren, wie ihr das so findet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.